Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Nebenaspekt, Halbsextil zwischen Merkur im Wassermann und Pluto im Steinbock. Merkur steht im fünften Haus, Pluto steht im vierten Haus und über das Halbsextil werden sozusagen diese beiden Häuser miteinander verbunden, wobei das Halbsextil eben ein schwieriger Aspekt ist. Warum? Es gibt derer Halbsextile zwei, nämlich Halbsextil vor der Konjunktion und in dem Fall das erste Halbsextil nach der Konjunktion. Die Konjunktion gibt sozusagen für den nächsten Zyklus das Thema vor und das Halbsextil sagt uns jetzt, wie tun wir? Also was machen wir? Wie gehen wir es an? Wie nehmen wir denn? Wie nehmen wir denn? Hier geht es darum, neue Überlebenstechniken sozusagen zu erlernen, grundlegende Werkzeuge quasi zu erwerben. Und wenn wir uns anschauen, worum es geht, Merkur und Pluto, dann würde das zum Beispiel in einem Radix oder könnte es in einem Radix bedeuten, Machiavelli für Einsteiger, Merkur Kommunikation, Handeln, also sozusagen der Austausch mit anderen und Pluto halt eben Machtspiele, Manipulation, Tiefe, Tiefgang. Und hier geht es halt vordergründig einmal um Manipulation, die Macht der Worte, Merkur, Pluto. Also dass man sich sozusagen neue Techniken des Verführens, neue Techniken des Beeinflussens erwirbt. Wer ist der Merkur? Wer ist Pluto? Naja, das ist schon mal interessant, weil deswegen interessant, der Aspekt verbindet nämlich den natürlichen Herrscher des dritten Hauses, der ist nämlich der Merkur, mit Pluto, der Transformation der Veränderung. Was würde mal zum Beispiel die Aussage, Herrscher von drei, Pluto, Mars auch, also zufälligerweise sind beide im vierten Haus, aber der Hauptdarsteller ist in dem Fall heute der Pluto. Herrscher von drei in vier, was könnte das bedeuten? Das würde für mich vordergründig bedeuten, dass die Wirtschaft, Handel, Industrie versuchen, im eigenen Land wieder verstärkt Fuß zu fassen. Also das heißt, man kommt sozusagen weg vom Globalen, wie sagt man, ich überlege jetzt gerade das Buch von Hans-Peter Martin, die, glaube ich, Globalisierungsfalle. Und jetzt geht es aus der Globalisierungsfalle wieder zurück in die Regionalisierung. Würde ich mal vordergründig da herauslesen. Andererseits würde natürlich Pluto, Herrscher drei in vier bedeuten, dass die Bevölkerung jetzt tiefere Informationen bekommt, tieferes Wissen, dass man sozusagen jetzt eingeweiht wird. Also die Eingeweihteschau. Na, das ist wieder was anderes. Das waren, waren das die Augures, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das sind so viele Blödsinn-Schwirte herum, das brauchen wir alles nicht wissen. 27, 57, rund 28 Grad, also das bedeutet Fische gerade. Hier bekommen die Menschen natürlich auch sehr, wie sagt man, aus dem ätherisch-feinstofflichen Bereich Informationen, auch gute Intuition, gutes Gespür. Und witzigerweise ist Merkur auch tatsächlich der Herrscher des zwölften Hauses und des eingeschlossenen neunten Hauses, also auch Nebenherrscher neun, Herrscher zwölf. Das würde natürlich bedeuten, dass hier jetzt, naja, es geht ja, es geht ja, der Langsamere sendet seine Energie zum Schnelleren. Ich hätte es gerne umgekehrt gehabt, aber es ist wurscht, ja. Aber sozusagen, hier kommt die Energie aus dem vierten Haus ins fünfte Haus, egal wie es ist. Hier haben wir jetzt einen Wissenserwerb, einen neuen Wissenserwerb. Die Menschen bekommen jetzt einfach Zugang zu tieferen, besseren Informationen, was auch sozusagen vielleicht vom Kosmos so gewollt ist, weil das zwölfte Haus steht ja in positiver Interpretation sehr stark für eben das kosmische Wissen, eben für die neptunisch-kosmischen Kräfte. Und weil der Merkur im Wassermann in der Erhöhung steht, im fünften Haus hochkreativ ist, hochaktiv ist, würde ich sagen, dass hier einfach jetzt eine Vorbereitungszeit für tieferes, gründlicheres Wissen läuft. Also wir befinden uns jetzt in der Phase zum Sextil. Der Sextil wäre dann Ende Fische, wahrscheinlich auch so um die 28 Grad in den Fischen. Ja, wie kann man diesen Aspekt noch interpretieren? Ihr wisst ja, ich bin immer auf der extrem positiven Seite. Gut, das war boshaft. Wirtschaft, Handel und Industrie, denen geht es dreckig, denen geht es einfach schlecht. Sie sind mitten in einem Informationsprozess. Sie sind mitten in einem Transformationsprozess. Ja, man muss nur oft genug rauten, dann findet man auch die richtigen Worte. Also sie sind in einem Transformationsprozess starke Veränderung natürlich. Ich würde es eher als Bauchfleck bezeichnen, aber wurscht. Eine harte Landung. Man versucht halt verzweifelt, weil Pluto ist ja grundlegend, sich in der eigenen Heimat sozusagen wieder zu positionieren. Wieder, ich möchte nicht sagen, bei Null anzufangen. Aber weit von Null ist es nicht entfernt. Und gleichzeitig Merkur als Herrscher des Zwölften und Nebenherrscher des Neunten Hauses könnte natürlich auch bedeuten, dass jetzt eben nach neuen Werkzeugen gesucht wird, unsere Wirtschaft und Industrie sozusagen wieder aufzubauen. Fünftes Haus, aber natürlich wieder zwölftes Haus an die Lügenleine zu nehmen, was vom fernen Ausland gesteuert wird. Also es überrascht uns jetzt vollkommen, dass ich jetzt jenseits des Atlantiks hier verorte. Aber der Atlantik, der ist nicht weit. Der ist oft näher, als man glaubt. Näher ist der Neusiedlersee bei uns. Spitze neuntes Haus haben wir im Stier. Und ja, Herrscher von neun in vier. Jetzt ist es schwierig, es ist schwierig, das jetzt als den Atlantik zu betrachten, weil irgendwie passt das nicht zusammen. Weil das neunte Haus steht ja auch für höheres Wissen. Und hier würde die Aussage, die ich am Anfang getätigt habe, eben mit diesen neuen Wissenszugängen, würde hier verstärkt werden, weil ja Pluto auch in Konjunktion mit Venus ist, wenn noch eine weitere Konjunktion, schauen wir uns das an, das sind vier Grad. Die Venus ist zwei Grad, Pluto ist 28 Grad, das sind wie gesagt vier Grad Entfernung. Geht noch als Konjunktion durch, auch wenn dazwischen schon ein neues Zeichen ist, was natürlich immer eine Schwächung bedeutet. Aber bitte stets bedenken, die Übergänge von Zeichen sind meistens fließend. Das Einzige, wo ich halt nicht so den fließenden Übergang sehe, ist von Schütze im Steinbock. Das ist so, wie wenn man mit Tempo 200 sich an einer Betonwand einbremst. Also das geht schack und dann steht die Kiste auch schon etwas verformt. Ich glaube, in der Polizistensprache wird das als Kaltverformung bezeichnet. Aber wie auch immer, ansonsten haben wir fließende Übergänge. Und ja, hier tut sich auf jeden Fall etwas, weil ja hier drei Planeten im vierten Haus stehen. Die Bevölkerung bekommt Nolens Wohlens jetzt mehr Wissen und das macht sie natürlich marsig, wütend, aufgeregt, nervös. Hatten wir ja im heutigen Horoskop, wenn ich mich richtig entsinne, mit Mond-Uranus-Konjunktion. Da kommt ja auch einiges an Stimmung auf. Wir haben gleichzeitig, weil das macht diesen Aspekt erst, hier liegt ja schon das Buch, KGB, liegt ja schon den Startlöchern, hart ja schon, hart ja schon des Einsatzes. Denn, ja, denn wir haben dieses Halbsextil im Verbund mit einer Halbsumme. Halb, halb, wir machen heute nur halbe Sachen. Nämlich Mars, Neptun, Merkur. Ich werte es schon als Halbsumme. Ein Grad, das sind wir großzügig. Auf jeden Fall haben wir hier, was für mich wichtig ist, ja, im Zusammenhang natürlich mit der Aussage, dass eben Übersee versucht, unsere Wirtschaft wieder an die Leine zu nehmen, zwölftes Haus. Dass man sozusagen es wieder von vorne spielen möchte, das unselige Spielchen, welches da seit Längerem gespielt wird. Und was sagt uns diese Halbsumme? Es ist ja eine spannende Verbindung. Mars, Neptun, das hat schon ein bisschen so den Beigeschmack von, wie hat Deine gesagt, habe ich auch gehört, hat mir, glaube ich, der Alfred erzählt, sozusagen hat schon irgendwie den Beigeschmack davon, Löcher in Wasser bohren zu wollen. Also es ist ein sehr spannendes Unterfangen. Man muss schnell bohren. Es ist eine Art Momentaufnahme, weil irgendwie Mars, Neptun hat immer so ein bisschen das Scheitern im Rückengepäck. Obendrein, wenn der Neptun auch der Herrscher des sechsten Hauses, also der Krankheit per se ist. Also ganz aufregender Aspekt, wir lösen ihn gleich auf, wir lösen ihn gleich auf. Ja, das ist wie ein Stück Zucker, also der löst sich auf, das ist gigantisch. Im KGB steht drinnen, hier unter Mars, Neptun, habe ich geschrieben, Heimlichkeit, Reizbarkeit, Schwäche, Infektion. Das passt ja überhaupt nicht. Also das Thema Infektion ist hier völlig fehl am Platz. Und wir haben hier Merkur. Gedankenlosigkeit, Nervenschwäche als Folge von Genussgiften. Ja, wenn man sich Genussgifte verabreicht und lässt, Geistesschwäche. Und hier steht es, Pläne ohne Verwirklichung. Das ist gut. P-O-V, Poff. So, Poff. Pläne ohne Verwirklichung, das merke ich mir. Und zwar, was sind denn die Pläne? Mars steht tatsächlich für die Pläne. Mars herrsche von sieben. Ja, also Spitze sieben im Wider und Spitze acht im Wider. Das ist spannend. Weil da haben wir schon die Pläne und deren Scheitern im Kombipack. Das ist einmal spannend. Und die Pläne hängen auch irgendwie, irgendwie hängen die mit dem Frostschutz-Thema zusammen. Ich will es ja nicht sagen, ich habe da extra diesen Text hier ausgepackt. Extra, ihr kennt ja das. Küss die Hand, schöne Frau. Ganz, ganz spannender Text. Küss die Hand, schöne Frau. Könnte sich, könnte, ich meine, auf Holzhammerisch. Also, küss die Hand, schöne Frau. Wenn ich in ihre Augen schaue. Tireli, Tirela, Tirelo. Oh ja, also, der Knöppel, der Knöppel wartet schon. Der Knöppel wartet, ist schon sehr erregt. Und dann, ja, und jetzt kommt die entscheidende Passage. Na, wo haben wir es denn? Hier kommt dann die entscheidende Passage. Der Kerl ist schon ganz, 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 ganz unrund, ja. Also, Korowee, 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 diesen Namen, diesen Namen hörte ich nie. W-O-W, W-O-Mir, tut mir leid, ich bin nicht hier. Ja, was heißt da, du, wir sind per se. Warum ich so leise rede? Ich bin krank und liege im Bett. Transpire, transpira, ich bin leider nicht allein. Hinter mir steht meine Frau, sieben Kinder und der Hund. Also, tschau. Großartig, Korowee, du bist ein absolutes Genie. Und ich würde mal mutmaßen, das haben wir schon mal besprochen, dass gewisse, dass gewisse Verbindungen, gewisse Verbindungen mit dem sechsten Haus, also, es war alles auf freiwilliger Basis und sie sind selber schuld und auf Wiederschauen. In dem Sinne, weiter zum dritten Teil. Ende.